Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy! Wir haben schon 46 Sterne, 4 Leben und manchmal 30 Sternen-Stadtteile. Und der Tod hat Post für uns, ein Brief von Luigi. Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft mir, dich zu finden. Aha. Okay. Okay. Ich war im Badez... Nein. Wollte ich da oder war im Badezimmer. Schau mal, ich weiß jetzt nicht. Schlafen oder irgendwas zuerst. Nein, das war woanders. Okay. Die ist nicht so leicht, am Überblick zu behalten. Okay. Jupp. Baaah, jetzt sind wir. Kampffeld mit Aloxid. Jaaa. Ah, extra Fragezeichen, ob man mit Melo ist, und nun ist es sehr gut. Gut mitgedacht. Okay, von Hanna. Okay, wir müssen doch einfach nur die Geste. Sie haben uns. Sie sind die Garde. Das ist ein Schmauwur, aber die Stadt verweigend ist hier im Kronen. So, ich komme jetzt in den Ausgleich. Ich wollte mich tatsächlich herausstürzen, weil wir die Richtung voll sind. Ich habe die Probe, ich habe Geld aufgelandert. so siehts dann kann man ah nun riecht er wieder ab eh wauw wauw und wieder auf so hier irgendwo wo das ist dann haben wir sogar nachher So ist es ja sein. Hey! Jetzt können wir uns so. Nein! Können wir uns nicht weiter. Das ist gar nicht mehr so leicht. Das ist ja auch nicht. Wir sind für junge Melancholia. Wir sind für uns nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ich muss mich noch ein paar Minuten machen. Also natürlich... Jetzt machen wir noch gleich meinen Fax sogar draußen. Das hat ändert. Das haben wir nicht gefordert, glaube ich. 400 Wucher. Jetzt zu relaxen. Okay. Fliegen mit Fliegen. Oh. 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 So gut, dass ich mich übertreibe. Ich habe ein paar Leben brauchen. Ah, ja. Das ist nett. Okay. Überleben Nummer Uno. Uno drei. Ja bitte. Danke. Ja bitte. Danke. witzig Das ist die Ebene mit Wurzeln. Wow, ich bin schon mal weit gekommen. Das versteht man vielleicht mal auch. Wow, das war ein Skill. Was ist das? Welche fünftjährigen Schopter? Das war's für dich. Ich bin echt einig. Ich bin echt einig. Ich hab mit der Etulé Kuss mitzunehmen. 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 Ich hab 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 mitzunehmen. Und da! Ich hab mitzunehmen. Hier ist das lange her dass ich wieder gespült hab. Anflug auf Schattenkomet. Ah, das ist wieder irgendein Rennen. Ich kann mir gar nicht mehr hin. Ah, das ist... Oh! Das ist mit Eis und Feuer. Mit Eis und Feuerblumen. Schattenkomet, wo sie gegen Schatten... Doppelgänger... Rennen. Also, das kann ja vor der Versuche dauern, nur so nebenbei. Ja, übertreibte. Was ist denn das für eine Wölk? Geh, neeg. Oh! 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 Oh, okay, jetzt sehe ich. Okay, fixed ? Aus schnell okay! Oh! 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 Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh! 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 Der ist ja wirklich schnell. Warum ist denn der so schnell? Gibt's beim Mario-Jung und zweiten Gang? Ja, aber dann gehen wir Game Over. Der ist ja wirklich Game Over. Ich glaube, wir werden das machen. Ich glaube, wir werden das machen. Ich will schon wieder so ein bisschen sagen. Der ist ja wirklich. Der ist ja wirklich. Ist ja wirklich. Ist ja wirklich. ok naja mit dem Game Over beende ich für heute den Part, aber nicht das Let's Play, es geht auf jeden Fall weiter naja mit dem Game Over gegen Gegner war ich zu blöd beim Verabschiedenbereich vielleicht zum Drösten einen Daumen hoch und natürlich muss ich noch Werbung machen für Schlag den nie weg wie man sieht ist das nicht unbedingt zu schwer Link in der Videobeschreibung vielleicht könnt ihr mich in Mario Sport Mix Mario Kart Wii SSBB Worms und Pokémon Battle Revolution herausfordern aber wie gesagt Link in der Videobeschreibung wer Lust hat bitte melden am Sonntag den 14. Oktober ist das erste Match bis bis zum nächsten Po bis zum Nächsten Part Vielen Dank.